Oh Mann, ach Mist, ja klug vorgehen, weißt du, was mach ich? Ich schmeiß Schnappschuss am Anfang. Okay. Nee, die Runde gefällt mir nicht, die macht keinen Spaß. Nee, aber es stimmt mit dir nicht. Nee. Der war schön, der auch. Also ich spiel mit R1. Ich esse gerne Füße. Die campen doch eh alle wieder, oder? Ja, wahrscheinlich. Egal, lass auch campen, die müssen noch blenden. Ja, und ich werde snipen. Und wo kam der? Okay, scan nach links. Ja. Du bist so blöd, ey, ich schwör's dir. Mach einen Clip. Hinter dir, äh. Ja. Schön. Deswegen spielen wir's nachher. Binden. Oh scheiße, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geh durch. Du hast ne Renetti, du brauchst keine Hilfe. Oh, da kommt die Tür rein. Ja, gleich Vorsicht. Junge, bleib doch mal stehen, ey. Versteckst. Du bist nicht lieb, ich sit bei dir. Ja natürlich, ja. Hartkopf suchen und verstören, ey. Erst nach dem Kampf mit dem Feind verbünden, ja. Bitte? Dann net. Ja, oh. Schieb ich. Ach, scheiße. Der hier? Mittelgebäude, ja. Den hab ich. Der ist zu unserem Spawn gegangen. Hä? Wo? Auf ihrem Spawn-Dach, am Schrottplatz. Ach, gewartet. Ja, 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 ja. Ist klar, aber komm zum Bomben oder was, du kleiner Bisser. Ähm. Ja, ist klar, aber komm zum Bomben oder was, du kleiner Bisser. Ähm. Nein. Nick. Ich hab aufgehört schon zu schießen. Nick hat's doch mal durch. Alter, Nick, was ist jetzt für's? Das sind sich selten. Das sind sich selben, aber. Ne, das sind doch nicht dieselben. Gegen die haben wir schon einspielt, ja. So. Gut. Nicht doch egal. Wir müssen unsere Ziele sichern. Immer wachsam bleiben. Und schon auf die Fresse. Ich krieg noch mit nem Schild. Einer unten bei der A-Bombe. Gib ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. � Un pregunta. forgotten dann? Oh mein Gott. Allo ja.